Ich weiß gar nicht, wie oft wir dieses Spiel früher mit Oma gespielt und uns richtig gefreut haben, wenn wir jemanden eins auswischen und einfach sagen konnten, Mensch ärgere dich nicht. Und ja, wir werden hoffentlich gleich jemanden ärgern und ja, wir werden uns fragen, was das mit der Mathematik und dem Titel dieses Videos zu tun hat. Vorher erzeugen wir künstlich die Spielsituation. Gelb hat bereits drei Figuren im Haus untergebracht und steht mit seiner letzten Figur kurz vor dem Sieg, mit ein bisschen Würfelglück und der richtigen Zahl kann er das Spiel also gewinnen. Blau hat ebenfalls drei Figuren im Haus, die letzte ist aber gerade erst auf dem Spielfeld gelandet und muss noch eine ganze Runde drehen. Kann dabei aber, und das ist ja das Schöne an diesem Spiel, Gelb nochmal so richtig in den Arsch treten. Dafür braucht auch er nur ein bisschen Glück und die richtige Zahl und genau um die mathematische Formulierung dieses Glücks und der richtigen Zahl, darum geht es heute in diesem Video. Bringen wir die Figuren nochmal zurück auf ihre Position. Was Blau offensichtlich braucht, ist eine 6, nur mit ihr wird die gelbe Figur in diesem Zug geschlagen. Lassen wir also eine kleine Simulation laufen, die das Werfen des Würfels ersetzen soll und erhalten als Ergebnis eine 5. Zwar nicht das, was Blau brauchte, aber hey, immerhin hat er in der nächsten Runde ja noch die Chance. Und müsste dann nur die 1 würfeln. Solange? Ja, solange Gelb vorher nicht ins Häuschen wandert. Ihr habt das Spiel alle selbst gespielt, ihr wisst, wie das funktioniert. Trotzdem hilft dir diese kleine Einführung vielleicht, die Ergebnisse des Würfel-Experiments zu unterteilen. Einmal in die Ergebnisse, welchen den Erfolg, den Treffer oder den Gewinn liefern. Und in jene Ergebnisse, die den Misserfolg, die Niete oder die Niederlage ergeben. Daraus resultieren auch die zugehörigen Wahrscheinlichkeiten. Für den Erfolg liegt sie bei einem Sechstel. Mit nur einem von 6 möglichen Ergebnissen wird gelb geschlagen. Aber du hättest dir auch eine der anderen 5 Ergebnisse würfeln können. Die Wahrscheinlichkeit für den Misserfolg liegt daher bei 5 Sechstel. Diese Wahrscheinlichkeiten werden häufig, ach Quatsch, die werden eigentlich immer mit p und q bezeichnet. Wobei man, ehrlich gesagt, auf das q auch verzichten könnte. Erfolg oder Misserfolg, eins von beiden wird sicher eintreten. Beide müssen sich also zur Gesamtwahrscheinlichkeit 1 ergänzen. Diese Art von Zufallsexperiment mit zwei interessierenden Ergebnissen bezeichnet man als Bernoulli-Experiment, benannt nach dem Schweizer Mathematiker Jakob Bernoulli. Und ja, das ist einer aus diesem unglaublich talentierten Bernoulli-Clan, die mehrere bedeutende Wissenschaftler hervorgebracht haben. Übrigens, der Inhalt dieses langen Textes hier links ist nichts anderes als das, was wir uns gerade zusammen erarbeitet haben. Tatsächlich lassen sich viele Zufallsexperimente finden, die dieser Definition entsprechen. Der klassische Münzwurf. Kopf gilt als Erfolg, die Zahl als Misserfolg. Oder ein anderes Würfelexperiment, bei dem als Erfolg gilt, wenn du eine Ziffer meines Geburtstages, eine dieser drei Primzahlen würfelst. Oder aber du musst unbedingt eine schwarze Karte aus dem Kartendeck ziehen. Auch damit unterteilst du alle Ergebnisse in erfolgreiche und nicht erfolgreiche. Und bevor du jetzt wieder denkst, oh lame Mathe, ja, aber diese Bernoulli-Experimente gibt's auch außerhalb der reinen Mathematik. Beispielsweise in der Liebe. Du hast dich endlich getraut und deinem Crush deine Gefühle bestanden. Aber natürlich weißt du vorher nicht genau, wie dein Crush darauf reagiert. Ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass dein Mut belohnt wird und die Erfolgswahrscheinlichkeit P größer ist als die für den Misserfolg. Nehmen wir also mal an, es hat funktioniert. Ihr geht schick essen, er haut sich den Magen voll, sie bezahlt, alles wie immer. Was soll auch schon schiefgehen? Naja, zum Beispiel das Wetter. Dafür gibt's ja auch nur zwei Möglichkeiten. Entweder es regnet oder halt nicht. Und na klar, fühlt sich das ein wenig komisch an, den Regen als Erfolg zu bezeichnen. Aber es ist natürlich möglich, für einen bestimmten Tag eine Erfolgswahrscheinlichkeit P, eine Regenwahrscheinlichkeit anzugeben. Du steigst ja gerade erst neu in dieses Thema ein. Aber diese Bernoulli-Experimente sind die Grundlage für alles Weitere. Das Unterteilen der Versuchsergebnisse in Erfolge und Misserfolge, genauso wie die Angabe der Wahrscheinlichkeiten P und Q. Am Ende steht sogar im Namen selbst, dass es immer zwei Optionen gibt. Für all die gezeigten Beispiele bleiben aber noch viele Fragen offen. Wie wahrscheinlich ist es denn nun, dass Gelb nicht im ersten, sondern im zweiten Zug geschlagen wird? Wie wahrscheinlich ist es, dass von euren fünf ersten Dates genau drei im Regen stattfinden? Vor allem aber, unter welchen Bedingungen können wir diese Fragen nur beantworten? Um diese Bedingungen herauszufinden, folge mir im nächsten Video. Amit gesegnet ihr? Amit gesegnet ihr? Amit wir sind dort in Aufmerksamkeit? Vielen Dank.